Willkommen wieder bei Super Mario Maker, heute mit dem Level die Schatzkammer. Die ist vom lieben Rokorti. Ja, die erste Map, die ich spiele von einem... Das erste Level, was ich für den Zuschauer... Oh Leute, ich bin aufgeregt, da ist eine Fische. Ich merke schon, ich müsste es leicht machen mir, ne? Ich bin schon gespannt, ich hoffe, wir schaffen das hier. Aha, jetzt kommen hier die Kanonenkugeln und die Piranha-Fische. Jetzt will er es wissen. Ach ja, die one-hitten mich, ja. Ich habe das vergessen. Ich habe das ernsthaft vergessen, dass die mich one-hitten. Tut mir leid. Ich vergesse sowas. Oh Gott. Mann, da ist was. Jetzt streng dich an. Dicker Junge, bieti, bieti. Ist da ein Secret? Ist da ein Secret? Ist da ein Secret? Ich habe ein Secret gefunden. Digga, direkt das Level gepuft. Wenn ich ein Level spiele... Dann werden die Sequels... Geil, der dicke Junge hat es gefunden. Da ist die Tür, da ist die Tür. Raus jetzt. Oh, ein Shake-Po... Ein Shacky. Ein Shacky. Ein Shacky, Shacky. Ein Shacky-Chunk. Ah. Hiltz, komm her. Moment, mein Haar juckt. Mein glänzendes Haar. Wasch ich mit Head & Shoulders. Product Placement, FTV. Junge, was stimmt nicht mit dir? Oh, no. Ich bin der größte Millhouse, wenn es um sowas geht, ja? Ey, wie kann ich denn... Was baust du? Was baust du, Junge? Das Level ist da, um mich zu quälen, oder? Um Menschen fertig zu machen. An ihre Grenzen zu bringen, dass sie sich langsam nicht mehr raustrauen. Nein! Ein Job, Mann! Willst du mich verarschen? Oh, Leute! Ich krieg ein Kind! John Cena? Mann. Erstes Level von dem Zuschauer und ich quäle mich. Ja! Oh Gott! Ja! 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 Münzen-Party nehme ich alle mit. Nimm alles meine. Erstmal das Level gleich schlecht bewerten, weil kein Secret. So richtig arschig. Kein Secret, Level schlecht bewerten. Wir haben es geschafft. Ist da noch ein Secret? Lass am Ende nochmal runterfallen, ey. Ha! Ja! 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 Ich hab gerne deine Secrets alle entdeckt. Ist da noch was? Nö. Das sieht aber lustig aus mit den Pflanzen da dran. Und? Junge! Junge! Mario-Time! Erstes Level, ich verzweifle. Toll gemacht. Danke. Danke.